Haben die Einwohner der Nachbarorte wirklich nichts bemerkt oder gesehen? Die wirklich unheimliche Entdeckung macht der Forstmitarbeiter. Dann fragt er sie genervt, wo nun die Polizeistation sei. Man steigt mit dem Mädchen aus und drängt sie vom Bus weg. Heute habe ich fünf sehr merkwürdige und bizarre Vorfälle für euch, die alle in China tatsächlich geschehen sind, auch wenn sie teilweise unglaublich klingen. Denkt wie immer daran, ein Like da zu lassen und abonniert den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. In den Bergen der Provinz Shanxi in China liegt das Dorf Qinling. Der Ort hatte in den 80er Jahren über 1000 Einwohner gezählt, die größtenteils von der Landwirtschaft und Viehhaltung lebten. Doch in einer Nacht im Jahr 1987 geschieht etwas Merkwürdiges. Alle Bewohner des Dorfes verschwinden plötzlich über Nacht. Die Bewohner der Nachbarorte können es kaum glauben. Doch als sie nach Qinling gehen, ist der ganze Ort ein Geisterdorf. Nicht nur die über 1000 Bewohner sind verschwunden, sondern auch alle ihre Tiere. Sämtliche Ställe sind leer, auch Hunde und Katzen sind spurlos verschwunden. Niemand kann sich erklären, was geschehen ist. Und auch in den folgenden Wochen und Monaten gibt es keine Antworten. Die Bewohner Qinlings und alle ihre Tiere bleiben verschwunden. Bis heute, über 30 Jahre nach dem Vorfall, ist nicht ein Bewohner Qinlings wieder aufgetaucht, sodass es immer noch keine offizielle Erklärung für das Geschehen gibt. Da es wirklich keinerlei Hinweise gibt, sind natürlich einige Theorien entstanden, was der Grund für das mysteriöse Verschwinden sein könnte. Zum einen wird erzählt, dass alle Einwohner Qinlings von UFOs entführt wurden. Doch eine andere Theorie besagt, dass das Verschwinden der über 1000 Menschen von der Regierung inszeniert wurde, da es in der Nähe eine geheime Militärbasis gäbe, deren Geheimnisse geschützt werden müssten. Auch Übungen des Militärs sollen in der Nähe stattfinden. Gerüchten zufolge soll die Aktion, bei dem die Dorfbewohner weggebracht wurden, unter dem Codenamen Nachtfuchs gestanden haben. Anfragen von Reportern zu dem seltsamen Vorfall wurden von der Regierung der Provinz Shanti jedes Mal ignoriert. Eine unheimliche Vorstellung, dass plötzlich mitten in der Nacht Regierungsmitglieder auftauchen und einem keine Wahl lassen, als sofort, ohne mit jemandem Kontakt aufzunehmen, sein Zuhause zu verlassen. Sollte dies der Fall gewesen sein, haben wirklich alle der ehemaligen Bewohner des Ortes sich an die ihnen auferlegten Vorschriften gehalten, nämlich über das Geschehen zu schweigen. Es gibt keinen einzigen Bericht über Personen, die behaupten, damals in Chinling gewohnt zu haben und zu wissen, was geschehen ist. Und haben die Einwohner der Nachbarorte wirklich nichts bemerkt oder gesehen? Oder behalten sie dies vielleicht auch lieber, vielleicht unfreiwillig für sich? Sie haben ja zumindest Vermutungen und sie haben immerhin die Informationen über die Aktion mit dem Codenamen Nachtfuchs verbreitet. Eine sehr mysteriöse Geschichte, zu der einige sicher die Wahrheit kennen, sie aber nicht sagen können. Am 1. Dezember 1994 geschieht etwas Seltsames in der Nähe der Stadt Giang in der Provinz Guichou. Die Mitarbeiter und Eigentümer der außerhalb des Ortes gelegenen Dusi-Farm sind bereits zu Bett gegangen, als sie gegen drei Uhr nachts von einem unheimlichen, lauten Grollen geweckt werden. Sie können sich nicht erklären, was es ist. Draußen ist plötzlich starker Sturm, obwohl es am Vorabend windstill war und auf einmal sehen die Farmleute ein Objekt mit roten und grünen Lichtern am Himmel. Auch ein Forstmitarbeiter, der in der Nähe Nachtwache hält, bemerkt das Flugobjekt. Die Lichter verschwinden nach einer Weile, doch die wirklich unheimliche Entdeckung macht der Forstmitarbeiter direkt danach. Er stellt fest, dass der Kiefernwald auf einer Breite von etwa 300 Metern und einer Länge von etwa 150 Metern abgeholzt wurde, und zwar in einer Höhe zwischen etwa anderthalb und vier Metern. Die ganzen Baumstümpfe stehen noch dort. Später wird festgestellt, dass der Wald an insgesamt fünf Stellen mehrere hundert Quadratmeter große Flächen hat, die diese Beschädigungen aufweisen. An einem einzelnen Baum auf einer dieser Flächen werden Brandspuren festgestellt. Am Vorabend war der Wald noch intakt. Auf der Dusi-Farm sind alle Kunststoffplatten vom Dach eines Lagerhauses weggeflogen, doch die umliegenden Gebäude wurden überhaupt nicht beschädigt. Und auch die nahegelegene Waggonhalle der Eisenbahn ist von dem merkwürdigen Vorfall betroffen. Ein tonnenschwerer Stahlwaggon, der im Freien stand, ist um 20 Meter verschoben worden. Zudem spricht man von einem mysteriösen Fußabdruck, der in der Nähe der Waggonhalle gesehen wurde. Er soll ausgesehen haben, als wäre er von einem Drachen. Ein Mitarbeiter der Eisenbahn behauptet, er hätte sich etwa 20 Minuten lang in der Nähe dieses Fußabdrucks aufgehalten und danach sei seine Uhr um 20 Minuten nachgegangen. Um den Zusammenhang zu prüfen, hätte er seine Uhr dann vier Minuten lang genau neben den Fußabdruck gelegt und sie sei tatsächlich wieder vier Minuten nachgegangen. Obwohl die Schäden auf der Farm und im Wald erheblich sind, scheint es keine Tiere zu geben, die dem merkwürdigen Vorfall zum Opfer gefallen sind und auch die Menschen, die im Freien waren, wie der Forstmitarbeiter, sind nicht zu Schaden gekommen. Auch Telefonkabel, Hochspannungsleitungen und so weiter sind nicht beschädigt worden. Vor Ort werden einige Untersuchungen durchgeführt, aber die Ursache für den Vorfall kann nicht gefunden werden. Ein Tornado zum Beispiel wird damals von den Experten ausgeschlossen. Viele vermuten aufgrund der Augenzeugenberichte über die Lichter, dass UFOs für den Vorfall verantwortlich sind. Einige spätere Untersuchungen ergeben allerdings, dass der Vorfall möglicherweise auf sogenannte Downbursts zurückzuführen sein könnte, ein Wetterphänomen, das aus einem Gewitter heraus entstehen kann und horizontale Winde erzeugt, die sich nach unten ausbreiten. Sie funktionieren also ganz anders als Tornados, mit denen sie oft verwechselt werden und können Geschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern erreichen und für viel Verwüstung sorgen. Die Lichter, die die Menschen gesehen haben, sollen also lediglich Blitze eines Gewitters gewesen sein. Es gibt weiterhin Kritiker in dieser Theorie, die sagen, der mysteriöse Fußabdruck wäre damit noch nicht erklärt und dass ein UFO viel plausibler wäre. Dies soll auch erklären, warum in der Gegend des Vorfalls bis heute angeblich der Handyempfang gestört ist. Beide Theorien sind aber nur Theorien, einen wirklichen Nachweis gibt es für keine davon. Im Jahr 1992 geschieht ein merkwürdiger Vorfall mit einem Bus in Peking. Nach dem Vorfall entsteht eine unheimliche urbane Legende. Doch wenn man den wahren Vorfall hört, fragt man sich, wofür die urbane Legende überhaupt nötig war, denn die Wahrheit selbst ist unheimlich genug und klingt für sich sowieso schon wie eine Legende. Ich fange mal von vorne an, macht euch einfach selbst ein Bild, was ihr von der Sache haltet. Was mit Sicherheit feststeht, ist, dass der Nachtbus Nr. 330 eines Nachts im Jahr 1992 nicht zum Busbahnhof zurückkehrt. Ab dem nächsten Tag fahndet die Polizei nach dem Bus, kann ihn jedoch erst drei Tage später am Junstausee finden, wo er eine Klippe hinuntergestürzt und ausgebrannt ist. Im Bus befinden sich die Leichen des Fahrers und eines einzigen Passagiers. Der Fundort des Busses ist merkwürdig. Er ist Dutzende Kilometer von seiner normalen Route in Peking entfernt und dazu kommt noch, dass die Polizei den Bus auf keiner einzigen Überwachungskamera in Richtung des Mijunsees finden kann. In den folgenden Jahren wird in China dann die gruselige urbane Legende populär, die mit dem Unfall des Busses zusammenhängt. Ich erzähle euch schnell die urbane Legende, danach kommen wir nochmal zum wahren Vorfall. In der Legende fährt ein Mann im Nachtbus mit der Nr. 375 und nur wenige weitere Passagiere sind an Bord. An einer Station steigen zwei Männer in Militärmänteln ein, die eine dritte, offensichtlich betrunkene Person in den Bus tragen. Hinter dem Mann sitzt eine ältere Frau, die, kurz nachdem die Männer mit den Militärmänteln eingestiegen sind, plötzlich beginnt, auf den Mann einzuschlagen und zu schreien, dass er ihre Brieftasche gestohlen hätte. Der Busfahrer stoppt den Bus und die Frau besteht darauf, dass der Mann mit ihr aussteigt und sie zu einer nahegelegenen Polizeistation begleitet. Der Mann ist irritiert, da er nichts gestohlen hat, steigt aber mit der Frau aus. Draußen fragt er sie genervt, wo nun die Polizeistation sei, woraufhin die Frau antwortet, welche Polizeistation, ich habe dir das Leben gerettet. Der Mann ist nun noch irritierter als zuvor, also erklärt die Frau, hast du nicht die Leute in den Militärmänteln gesehen, die gerade eingestiegen sind? Das sind keine Menschen, sondern Geister. Hast du nicht gesehen, dass ihre Füße herunterhängen und den Boden nicht berühren? Später erfahren die beiden, dass der Bus einen Unfall hatte und der Fahrer und ein Passagier tot sind. Dies ist also die Geschichte, die aus dem Busunfall resultiert sein soll. Aber warum? Vermutlich liegt es daran, dass sich nach dem Fund des verunglückten Busses Nummer 330 ein Mann gemeldet hat, der behauptet, ebenfalls in dem Bus gewesen, aber gemeinsam mit einem jüngeren Mädchen vor ihrem eigentlichen Ziel ausgestiegen und zu dem Unfall entgangen zu sein. Der ältere Mann und das junge Mädchen sind zunächst die einzigen Fahrgäste. An einer Haltestelle seien dann drei Männer eingestiegen und zwei von ihnen hätten den dritten in den Bus getragen, da er stark alkoholisiert zu sein schien. Sie beschimpfen ihn und sagen, warum hast du so viel getrunken, dass wir dich nach Hause tragen müssen? Und sie machen eine ziemliche Szene. Dem älteren Mann fällt in diesem Moment eigenen Aussagen zufolge etwas auf und er bekommt es mit der Angst zu tun. Er könnte natürlich einfach den Fahrer bitten, ihn aussteigen zu lassen, doch er möchte das Mädchen nicht mit den Männern alleine im Bus zurücklassen. Er überlegt sich etwas und bietet ihr einen Kaugummi an und meint, dass sie offenbar schlecht sei. Das Mädchen ist irritiert, denn es geht ihr gut und sie lehnt ab. Doch kurz darauf springt der alte Mann wieder auf und sagt dem Fahrer, er solle anhalten, da das Mädchen sich übergeben müsse. Der Fahrer hält an und der ältere Mann steigt mit dem Mädchen aus und drängt sie vom Bus weg, der sofort weiterfährt. Das Mädchen, das später sagt, sie hätte keinerlei Angst vor dem kleinen, älteren Mann gehabt, wartet auf eine Erklärung der Situation und der Mann fragt sie, ob sie nicht gemerkt hätte, dass der Betrunkene, der in dem Bus getragen wurde, in Wirklichkeit tot sei. Das Mädchen ist erschrocken und der Mann erklärt, dass er es gesehen hätte, weil die Leichenstarre bereits eingesetzt hätte. Er sagt, die beiden Männer, die ihn getragen haben, müssten seine Mörder sein. Die Geschichte ist ja ziemlich merkwürdig, aber was besonders merkwürdig ist, ist, dass das Mädchen tatsächlich spätabends mit einem fremden, älteren Mann vor ihrer eigentlichen Haltestelle spontan den Bus verlassen hat, auch wenn sie sagt, sie hätte keine Angst vor ihm gehabt. Die Schilderung des Mannes, dass ein Mann von zwei weiteren Männern in den Bus getragen wurde, wird allerdings von ihr bestätigt. Die Polizei fahndet also in Folge tatsächlich nach zwei Männern im Zusammenhang mit dem Vorfall, kann jedoch nie jemanden finden. Die Überreste des verstorbenen Passagiers sind leider zu stark verbrannt, so dass die wahre Todesursache, also ob er durch den Unfall oder tatsächlich schon zuvor gestorben ist, nicht mehr geklärt werden kann. Ob also die beiden mysteriösen Männer, sofern sie denn existieren, wirklich den Mann zuvor getötet und dann seine Leiche in den Bus getragen haben, so wie es der ältere Fahrgast vermutet, und ob sie den Unfall dann irgendwie inszeniert haben, oder ob alles tatsächlich nur ein Unfall war und die vorherige Wahrnehmung des Mannes ein Irrtum war, bleibt unklar. Sollte allerdings die Geschichte des älteren Mannes nicht der Wahrheit entsprechen, bleibt immer noch die Frage, was der Bus eigentlich mitten in der Nacht fernab von seiner eigentlichen Route in Mijun gemacht hat. Am Vormittag des 30. Mai 1626 befindet sich Shu Yu Zhao, der Tianqi-Kaiser, gerade beim Frühstück in seinem Palast in der verbotenen Stadt, als ganz in der Nähe eine verheerende Explosion mit unfassbaren Ausmaßen stattfindet. Fast alle Bediensteten des Kaisers geraten in Panik und flüchten. Yu Zhao flüchtet mit einem einzigen Diener in die Halle der Vereinigung, eins der Gebäude in der Mitte der Palastanlage. Doch sein Diener wird von einem herabfallenden Ziegel getroffen und getötet. Der Kaiser kann sich in Sicherheit bringen. Die schreckliche Explosion ereignet sich mitten im Zentrum von Peking, in der Waffenfabrik Wangonchan, in der unter anderem auch Schießpulver hergestellt wird. Überlebende aus der Umgebung berichten, dass sie zunächst ein dumpfes Grollen gehört hätten, gleichzeitig als sich dichte Staubwolken gebildet hätten. Dann hätte es einen grünlichen Blitz gegeben, unmittelbar gefolgt von einem ohrenbetäubenden Knall. In dieser Sekunde wird das komplette Gelände in einem Radius von 750 Metern um die Waffenfabrik herum auf insgesamt 2,2 Quadratkilometern zerstört. Niemand, der sich in diesem Gebiet aufhält, überlebt den Vorfall. Mindestens 20.000 Menschen werden getötet. Eine spätere Schätzung ergibt, dass die Kraft der Explosion etwa der Atombombe von Hiroshima entsprochen haben muss. Die verbotene Stadt, wo der Kaiser sich aufhält, liegt ziemlich genau am Rand des Explosionsradios. So überleben hier viele Personen. Allerdings waren zur Zeit der Explosion zahlreiche Arbeiter damit beschäftigt, die Dächer der Paläste zu renovieren. Durch die Explosion werden mindestens 2000 der Arbeiter von den Dächern geschleudert, wobei viele sich tödlich verletzen. Auch der sieben Monate alte Kronprinz, der Sohn des Kaisers, stirbt, berichten zufolge an einem Schock. Er war sein einziger Nachkomme. Natürlich gibt es unter den Überlebenden tausende weitere Verletzte. Die ganze Stadt steht Kopf. In dem anfänglichen Chaos werden die Verletzten in Gebäuden um das Zentrum herum gesammelt und bereits in der ersten Nacht gibt es schwere Plünderungen und viele der Verletzten bekommen ihre Kleidung gestohlen und werden so zurückgelassen. Tausende Menschen sind nach der Katastrophe wohnungs- und mittellos. Der Knall der Explosion ist bis nach Tongshu zu hören. Darüber hinaus würde eine drei Tonnen schwere Löwenstatue über die Stadtmauer katapultiert. Auch das Elefantenhaus ist eingestürzt und mehrere Elefanten sind in die Stadt geflohen. Die Luft ist noch den ganzen Tag lang voll Staub und überall liegen Trümmer und Körperteile von Leichen. Es ist eine fürchterliche Katastrophe und niemand weiß genau, was geschehen ist. Der Boden im Epizentrum an der Wanggongchan-Fabrik ist um sechseinhalb Meter abgesunken. Die Überlebenden berichten, den ganzen Tag nach dem Vorfall verschiedenfarbige Wolken gesehen zu haben, die sich stundenlang nicht verzogen hätten und die sie von der Form her mit Linksski-Pilzen vergleichen. Erstaunlicherweise hat es durch die Explosion kaum Brände gegeben. Dennoch ist es von allen von Menschen versehentlich verursachten, also nicht militärischen Explosionen die, die die meisten Todesopfer forderte, sofern sie denn wirklich von Menschen selbst ausgelöst wurde. Der Grund, wie sie genau zustande gekommen ist, konnte nie mit Sicherheit geklärt werden, allerdings gibt es einige Vermutungen. Zum Beispiel einen Meteoriteneinschlag, der das grollende Geräusch vor der Explosion erklären könnte. Oder ein Erdbeben. Während der Ming-Dynastie gab es zahlreiche Erdbeben im Raum Peking, allerdings spricht der klar abgegrenzte Radius um das Zentrum herum eher gegen die Erdbeben-Theorie. Es hätte im Zentrum massiv sein müssen und darum herum kaum spürbar. Eine weitere Theorie ist ein Tornado. Dadurch könnten die herumfliegenden Objekte erklärt werden, allerdings hat niemand berichtet, etwas wie einen Tornado gesehen zu haben. Weitere Theorien reichen von UFOs und Aliens bis hin zum Ausbruch eines Vulkans. Einige der Mutmaßungen sprechen also gegen eine von Menschen selbst verursachte Explosion, doch die vielleicht plausibelste Theorie ist es wohl, dass es irgendwie mit dem in der Fabrik hergestellten und gelagerten Schießpulver zusammenhängt. Die Fabrik hat alle fünf Tage 1,8 Tonnen davon ausgeliefert. Ob dies wirklich der Grund für diese massive Explosion gewesen ist, wird wohl ein Rätsel bleiben. Die damaligen Minister jedenfalls sind in dem Glauben, dass die Explosion eine Warnung der Götter an den Kaiser gewesen sei und halten ihn an, dringend die Schäden zu beheben und in die Dynastie zu investieren. Im Mai 2007 ist ein Tourist auf einem Berg in Schanzi unterwegs. Es ist eine sehr einsame Gegend, in der normalerweise keine Touristen unterwegs sind und auf dem Berg befindet sich eine Kohlenmine. Auf dem Rückweg von seiner Wanderung fällt dem Mann plötzlich ein großer flacher Stein auf, der ihn an eine fliegende Untertasse erinnert. Er macht ein Foto davon und zeigt es in seinem Bekanntenkreis herum und alle finden die Entdeckung ziemlich aufregend. Das Foto wird weitergeteilt und schließlich erregt es die Aufmerksamkeit eines Reporters, der sich zu dem Berg in Schanzi auf den Weg macht. Da das ganze Gebiet sehr einsam ist, geht er direkt zur Kohlenmine und spricht dort mit einigen Arbeitern über den merkwürdigen Stein. Sie wissen direkt, wovon er redet und er erfährt, dass ein Baggerfahrer der Kohlenmine bereits 1988 auf ein hartes Objekt gestoßen ist, das er dann mit dem Bagger freigelegt hat. Innerhalb eines kurzen Zeitraums finden die Arbeiter noch drei weitere dieser merkwürdigen Steine, alle ähnlich von der Form her. Sie haben den Eindruck, dass in den Stallen Metall enthalten sein könnte, da sie so schwer sind. Also melden sie ihren Fund und einige Wissenschaftler begutachten die Steine und nehmen Proben davon. Während in den Dörfern, die um die Kohlenmine herumliegen, Gerüchte die Runde machen, dass Fossilien von Raumschiffen gefunden wurden, die bereits vor langer Zeit dort abgestürzt seien, stellen die Wissenschaftler tatsächlich fest, dass die Metalle in dem Stein nicht irdischer Herkunft sind. Darüber hinaus wird erzählt, dass in der Kohlenmine nicht mehr tiefer gegraben werden könne, da der Untergrund weiter unten so metallisch sei, dass die Maschinen ständig Kurzschlüsse hätten. Es wird also nicht eindeutig geklärt, um was es sich nun bei den Untertassenartigen Steinen handelt. Neben wirklichen fliegenden Untertassen besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass es sich um Reste von Meteoriteneinschlägen handelt. Noch etwas Sonderbares geschieht. Nach den Berichten des Reporters im Jahr 2007 verschwinden mehrere der aufsehenerregenden Steine plötzlich über Nacht. Das Ganze erregt natürlich erneut Aufsehen, da es ja einen ganz schönen Aufwand erfordert, die großen und schweren Steine einfach so mitzunehmen und niemand hat etwas gesehen oder gehört. So entsteht das Gerücht, die Aliens selbst hätten ihre Schiffe wiedergeholt. Was haltet ihr von diesen ganzen Vorfällen? Merkwürdig, oder? Lasst mir gerne einen Kommentar mit eurer Meinung unten, was ihr davon haltet. Denkt auch daran, ein Like dazulassen und wenn ihr Lust auf noch mehr Fälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Danke fürs Anschauen, bis gleich! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020